Guck mal, ganz der Papa. Mein Neffe. Oh, nö. Also ich erkenne da gar nichts. Habt ihr schon einen Namen? Ratet. Max. Niemals zu häufig. Luca? Nein. Donald. Fängt mit A. Alexander. Kate. Andreas. Origineller. Asterbex. Arthur. Abraham. Attila. Dann sag's halt. Adolf. Adolf. Genau. Echt jetzt? Wie Adolf? Hitler? Sogar bist du bescheuert? Du musst es nicht gleich austicken. Nur weil wir einen besonderen Namen ausgewählt haben, sind wir noch lange nicht bescheuert. Guck mal. Hebt ihr nicht sogar den rechten Arm? Wenigstens mit PH? Und nicht gleich mit Accent. Hégü. Adolf. Das heißt, ein Name wie Pumuckl wäre in Ordnung. Pumuckl hat nicht halb Europa ausgelöscht! Wann wollen wir eigentlich essen? Sie finden den Namen unseres Sohnes eher so suboptimal. Wir dachten, die Anspielung gefällt euch. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Wow! Wow! Du bist ein Pseudo-intellektueller Poser. Jemand nach Tisch. Ihr denkt, ich bin schwul. Aber ich bin nicht schwul. Hast du wen kennengelernt? Und wie ist die so? Jemand, den du kennst. Nee, oder? Das läuft schon so lange, sag's Ihnen. Oh mein Gott. Und dann haben wir miteinander geschlafen. Nur um im Mittelpunkt zu stehen. Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Ihr kennt mich alle mal! Mama, nimmst du etwa Drogen? Ich kiff doch nur. Hör jetzt auf zu trinken. Ich fang gerade erst an. Ich lass mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Karius und Antigone nennt. Wow!